Servus, hier ist der Martin. Elva und Cheeser waren ja Flatrate Anbieter, die Flatrate gibt es nicht mehr und stattdessen bieten jetzt beide Volumen an. Bei Cheeser gab es vor ein paar Tagen die neuen Pakete, ich habe die in einem Video analysiert, das Video findet ihr in meiner Playlist und seit gestern oder vorgestern gibt es auch die neuen Elva Tarife. Und im heutigen Video schauen wir uns die Tarife mal an, packen die wie üblich in eine Tabelle zum Vergleichen und als Bonus, ich habe die in dieselbe Tabelle gepackt, wo auch die Tarife von Cheeser drin sind, so dass man zwischen beiden Anbietern ein bisschen vergleichen kann. Ja, ich finde eigentlich beide Anbieter gut, natürlich noch aus der alten Seite, das mit der Flatrate, das war für mich optimal, aber auch die beiden Anbieter, Elva und Cheeser, versuchen ja irgendwelche Nebenleistungen anzubieten. Das finde ich vom Prinzip eine sehr, sehr gute Idee und bei beiden Anbietern fand ich natürlich oder finde ich immer noch das Handling sehr einfach. Ich konnte also immer meinem Beifahrer schnell erklären, wie das funktioniert. Und dann schauen wir jetzt einfach mal auch auf die Tarife, wie gesagt, die Cheeser Tarife, die sind im anderen Video und jetzt schauen wir uns mal die Aktualisierung der Elva Homepage an. So schaut es aus. Viel hat sich hier jetzt gar nicht mal geändert. Früher, wie es noch die Flatrates gab, musste man hier sein E-Auto aussuchen, weil es einfach abhängig vom E-Auto verschiedene Tarife gab. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, müssen wir also nicht machen. Und hier übersichtlich dargestellt, finden wir bei Elva jetzt drei, ja ich sag mal Volumen, Volumenangebote. Das erste ist hier nur, in Anführungsstrichen, nur 10 Kilowatt, 10 Kilowattstunde. Ja, ist ein sehr, sehr kleines Paket. Ist wahrscheinlich jeder ganz schnell, schnell drüber. Dann hier ein 90er und ein 180er. Ja, ich finde es immer besser mit ganzen Zahlen zu rechnen. Hätte ja auch hier irgendwie 100 sein können, hier 200, aber wird schon irgendwie so einen Sinn machen. Und dann hier unten auch die Preise. 5 Euro im Monat, 50 Euro im Monat und 100 Euro im Monat. Wer das mal hier ganz schnell im Kopf überschlägt, sieht eigentlich, dass es teurer wird. Komisch, wenn man mehr kauft, wird es teurer. Ja, hier sind einfach noch andere Leistungen dabei. Achso, und in der Tabelle, die ich zum Schluss zeige, habe ich das runtergerechnet auf 1 kWh. So, dass man, wenn man hauptsächlich den Strompreis natürlich wissen will, sich das hier auch ganz gut vergleichen kann. Alle drei haben hier eine Echtzeitempfehlung mit dem Elva-Score. Der Elva-Score, ich habe das mal ausprobiert. Das ist auch in der App sehr schön gemacht. Wenn man da die Ladesäulen hat, dann haben die so Noten. Und es werden dann auch die vorgeschlagen oder man kann die identifizieren, wo sehr zuverlässig, funktionstüchtig und so weiter sind, weil da vielleicht schon viele Leute geladen haben. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht generell funktioniert, aber bei mir hat es immer funktioniert. Dann hier das mittlere Paket hat Soforthilfe bei Pannen. Auf die Details kommen wir gleich. Und das große Paket hat noch ein Premium-Mobilitätsleistungen-Paket. Also hier werden so Zusatzleistungen mit eingebaut. Das finde ich vom Prinzip nicht schlecht. Mir selbst bringen die jetzt nichts, weil ich bin ADR-10-Mitglied oder habe Mobilitätsgarantie oder beides, wo wahrscheinlich bei mir im Fall einer Panne was bringt. Aber schaden kann es ja nicht. Bevor wir auf jetzt buchen gehen, würde ich hier lieber mal die Tarifdetails anschauen. Man kommt hier immer auf dieselbe Seite. Es gibt verschiedene Versionen. Wir gucken uns die neueste an und einfach mal überfliegen. Ihr könnt ja selbst gucken. Das Modul S, also das war das Kleine mit den 10 kWh. Man bekommt diese Empfehlungen von Ladestationen. Elvascore. Ach, das habe ich eben in meiner Erklärung zusammen erklärt, sage ich mal. Also das eine empfiehlt Ladestationen, das andere bewertet sie nochmal. Also gedanklich würde ich das zu einem Punkt zusammenfassen. Und was interessant ist, was jetzt hier schade nicht steht, weil das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und diese 10 kWh, die man bekommt jeden Monat, die kann man, wenn man sie nicht braucht, auch aufheben für den nächsten Monat. Es gibt hier also ein Energiekonto und in diesem Energiekonto werden diese Sachen gespeichert. Jetzt verflucht, warum steht es jetzt hier nirgends? Ja, steht halt nirgends. Aber sowas hätte ich zum Beispiel eher reingeschrieben, wie das ein Zugang zur Ladeinfrastruktur kriegt. Hätte ich mir auch gedacht, dass sowas irgendwie dabei ist. Allahopp, dann geht es weiter. Das Paket M und hier ist die Soforthilfe bei Pannen mit dabei. Und beim Paket L ist die Soforthilfe bei Pannen und die Premium-Mobilitätsdienstleistung noch dabei. Und wenn man sein Paket verbraucht und lädt aber weiter, dann gibt es diese Preise hier. Ah, und hier steht jetzt mit dem Energiekonto. Aber das finde ich so einen wichtigen Punkt, liebe Kollegen hier, liebe Freunde von Elfer. Baut es doch oben mit ein. Das sollte doch eigentlich jeder gleich sehen. Und hier steht nämlich, dass Energiekonto speichert die nicht genutzten KWH sowie die FreikWH aus dem Elfer-Preisversprechen. Bla, bla, bla. Es speichert sie halt. Ja, also der Witz ist hier, dass sie nicht verfallen am Ende des Monats, sondern dass man sie später aufnutzen kann. Selbst wenn man das Vertragsverhältnis kündigt, dann gibt es ja noch Fristen, in denen man das wieder reaktivieren kann. Oder halt einfach verbrauchen kann. Ja, also das finde ich eins der wichtigen Punkte hier. Weil das hat mich auch damals irgendwie gestört, wie ich Elfer-Kunde war. Ich hatte da immer diese Pakete. Da ist dann einfach, entweder ist es verfallen am Ende des Monats oder man hat es nicht ganz aufgebraucht, sodass man da immer irgendwie den schwarzen Peter hatte. Es ist fast unmöglich, mit dem Knopf neben der Ladesäule mit dem Handy zu stehen und das so abzuschalten, dass es genau passt. Ein User hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das natürlich dann auch immer im optimalen Fall die Preise sind. Ja, das stimmt. Aber hier wird es natürlich schön, schön aufgelöst. Und auch immer der Hinweis, ich habe jetzt hier nicht alles gelesen und ich habe jetzt auch keine Lust gehabt, die ganzen AGBs zu lesen. Sieh das hier als ersten Überblick. Schreib unten drunter, was im Video falsch ist oder welche Ergänzungen noch wichtig sind. So haben wir es jetzt die ganze Zeit gehandhabt bei diesen neuen Preisen. Und das hat eigentlich am besten geklappt, weil da jeder User, jeder Zuschauer da andere Schwerpunkte hat. Allahopp, dann gibt es aber noch wichtige Sachen, die ich hier ganz gut finde, die ich eigentlich auch mit reingenommen hätte, wenn ich Elfer wäre. Ist ein bisschen zu versteckt, aber finde ich eigentlich ein tolles Kriterium. Und zwar in den FAQs gibt es sehr viele Punkte hier. Kündigung, Ladekarte, ja, das ist glaube ich alles nicht neu und alles ziemlich Standard. Ja, wie installiere ich die App? Müssen wir jetzt heute nicht durchgehen. Aber hier, das finde ich sehr cool. Gibt es eine Blockiergebühr? Nein. Ja, hier steht, wir bitten dich eine Station 30 Minuten nach Beendigung des Ladevorgangs zu räumen. Also es kann jetzt gut sein, mein Auto, ich habe einen ID.3 und wenn ich den mal ganz leer mache und ganz voll laden würde, dann würde er in der Tat mal um die 5 Stunden stehen. Und das dürfte ich hier auch. Das finde ich ja jetzt wirklich, wirklich sehr nett. Und was ich jetzt noch besser oder noch cooler finde, dann steht hier, das betrifft vor allem die Zeiten zwischen 7 und 21 Uhr. Und jetzt kommt der Hammer, in jedem weiteren Fall, also das ist dann eher nach 21 Uhr bis 7 Uhr, darf ein ununterbrochener Anschluss an eine AC-Ladestation die Dauer von 12 Stunden nicht überschreien. Was heißt, so verstehe ich es, sag mir, schreib es drunter, wenn du es genauso verstehst, wenn ich das Auto jetzt zum Beispiel um 22 Uhr am Stöpsel und halb sieben morgens hole, ist es okay. Das wäre also ganz prima für uns oder für die Laternenparker. Ich bin ja auch ein Laternenparker. Ich muss mein Auto irgendwo laden. Und ich habe mich schon oft geärgert über diese Limitierungen von, ja, von 3 Stunden hatte ich mal einen Anbieter, der da Strafgebühr erhoben hat oder 4 Stunden, das kennen wir auch alle, oder es wird nach 4 Stunden abgeschaltet, wie auch immer. Aber hier ist jetzt diese Blockiergebühr, diese Limitierung ist weg. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das Thema, dass ich zwei Fahrten habe, die ja dummerweise vielleicht jetzt gerade mal 5 Stunden auseinander liegen, ja. Und dann muss ich das Auto nach der ersten Fahrt immer an die Ladesäule stellen, muss heimlaufen, muss nach 4 Stunden das Auto holen, um dann ein paar Minuten später wieder zum Auto zu laufen, um loszufahren. Sowas kann man dann viel besser verknüpfen. Das heißt, man stellt es dann an die Ladesäule, lädt es und holt es dann wieder, wenn man die nächste Fahrt macht. Man muss halt hier gucken, dass es hier im Laden ist plus 30 Minuten, aber das ist ja ein schöner Spielraum auf einmal. Und das mit den 12 Stunden kommt bei mir eher seltener vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal komme ich abends heim, ja. Und dann lasse ich ungern das Auto, jetzt gerade im Winter war es ja so, mit 20 oder 10 Prozent stehen, sondern es habe dann irgendwo noch ein bisschen DC geladen, damit es halt, ja, ich sage mal 30 Prozent hat über Nacht. Oder 40, sodass der Akku da ein bisschen geschont wird. Und bei so Gelegenheiten kann man es schon fast machen, wie die Leute, die zu Hause laden, ja. Man kommt dann abends heim, stöpselt es an und holt es am nächsten Morgen dann wieder. Ja, muss mal gucken, wie das in den Tagesablauf reinpasst. Finde ich aber persönlich eine sehr wichtige Funktion. Deswegen habe ich die auch in meine Vergleichstabelle genommen. Dann hier unten noch was. Kann ich Elva mit mehreren Fahrzeugen nutzen? Ja, du kannst diesen Service mit mehreren Fahrzeugen nutzen, da wir hier leistungsgerecht gemäß Lademenge abrechnen. Ja, finde ich auch prima. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Volumen oder Paketanbietern, ob es jetzt da genauso ist. Aber hier steht es, hier ist es so. Also wenn ich zwei, drei Autos habe, dann habe ich einfach die eine App. Und dem Anbieter, so erscheint es ja auch logisch, ist es natürlich egal, welches Auto ich da jetzt belade. Die Frage ist nur noch, also hier geht es um Lademenge. Ich weiß nicht, wie es mit diesen Zusatzleistungen ist, wie Pannendienst und Abschleppen und diese Sachen, ob das dann für jedes Auto gilt. Aber ich vermute mal fast, dass man da eins angeben muss, für den das alles gilt. Aber ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die zu klären wäre. Vielleicht steht es ja auch irgendwo. Allahopp, das ist mir aufgefallen bei Elfa. Also hier wieder sehr schön gemacht, aber auch nicht viel anders. Das Wesentliche sind die Tarife und die Tarife sind auch gar nicht neu. Die standen schon länger hier auf der Seite und waren aber einfach noch nicht freigeschaltet. In der ganzen Zeit war eigentlich nur das S-Paket freigeschaltet, das kleine und die anderen noch nicht. Jetzt wollte ich ja auf die versprochene Tabelle gehen und die habe ich ja zusammengebaut mit der Preistabelle von Juicer, die ja auch, ich sage mal, ähnliche oder vergleichbare Pakete anbietet mit ein paar Unterschieden. Allahopp, schalten wir mal um. Schwupp dich. So, oi, 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 viele Daten. Also, was habe ich hier anders gemacht? Alles, was ich schon in der Tabelle hatte, das habe ich hier schwarz und alles, was neu dazugekommen ist, ist jetzt hier rot. Also Leute, die regelmäßig meine Videos sehen, müssen sich jetzt eigentlich nur noch das Rote angucken. Wenn du noch nicht meine Videos regelmäßig siehst, dann würde ich dich bitten, einfach den Kanal zu abonnieren. Wenn du Lust hast, kannst du auch die Glocke drücken. Was bedeutet überhaupt die Glocke? Ich glaube, du bekommst da eine Info, wenn es ein neues Video gibt und das ist ungefähr zweimal die Woche der Fall. Und ja, Daumen hoch, Kommentar, was du möchtest. Ich freue mich da über alles. So, und dann habe ich hier mal unten ergänzt, LVAR. LVAR macht keinen Unterschied. Der steht auch in der FAQ, ob es jetzt ein Privat ist oder ein Privatkunde oder ein Firmenkunde ist. Hier sind diese Namen, SML. Könnte man vielleicht in Zukunft, guck mal, L-fach habe ich hier geschrieben, soll LVAR heißen. Vielleicht gibt es ja in Zukunft noch ein XL oder sowas, wer weiß. Hier sind die Kilowatt, die man kaufen kann zu diesen Preisen und kommt dann hier rein rechnerisch. Also wenn man das durcheinander teilt, auf 50 Cent pro Kilowattstunde, 56 Cent pro Kilowattstunde und 56 Cent pro Kilowattstunde. Also die zwei hier sind gleich, obwohl bei dem größeren Paket ja mehr Leistung. Also dieser Service, diese Pannendienste ist ja da noch dabei. Also wenn es einem egal ist, dann würde man mit diesem Tarif ja am besten fahren. Dann kann man damit AC und DC laden. Hört sich logisch an, aber ich habe es trotzdem beschrieben, weil es hier halt auch Pakete gibt, die nur AC enthalten oder auch AC und DC. Und hier oben bei Chooser, beim Ladezyklus, habe ich hier die Minuten einfach mal hingeschrieben. Und ich wusste, wie ich es formulieren soll. Deswegen einfach nochmal drauf zurückzukommen. Hier gibt es keine Blockiergebühr und man kann bis zu 12 Stunden, so hieß es doch irgendwie, war es 12? Also das mit diesen, Moment, ich muss nochmal gucken, bevor ich es hier falsch sage. Blockiergebühr, 37 Minuten, bis zu 12 Stunden. Ja, aber man muss halt hier gucken, dass man hier in diesen Zeiten hier auch bleibt, gell? Ganz wichtig. Also lest euch hier lieber die Fakt durch, bevor ihr da, es ist schwer hier in ein Kästchen reinzupacken. Dann kann man hier auch, da muss ein Ja stehen. Zack, schon mal verbessert. Dann kann man hier auch sein nicht verbrauchtes Volumen. Ach Gott, hier ist alles falsch. Verzeiht mir, ich habe es vorhin schon runtergetippert. Und Übernahme und so weiter. Dann kann man hier sein nicht verbrauchtes Volumen auch in dieses Energiekonto auf den Folgemonat übernehmen. Das finde ich hier sehr gut. Und hier gibt es diese Leistungen. Ja, ich persönlich, nehmt es mir nicht übel, ich werde die halt auch immer ein bisschen ab, weil die halt, glaube ich zumindest, in meinem Paket vom ADAC gedeckelt sind. Wenn es nicht so sein sollte, dass es vom ADAC auch mit drin ist, dann sollte man das hier auch noch dazu schreiben, dass diese Leistung über ADAC hinausgeht, weil dann wäre es natürlich ein gutes, gutes Argument. Und hier ist ja dabei dieses eine Zubehör, diese Soforthilfe bei PAN und das andere hier diese Premium Mobilitätsleistung. So, wenn man jetzt beide vergleicht zwischen Tucson 11, ja, dann nehmen die sich nicht so viel, ja, da ein Cent hin, da ein Cent her. Natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt hier 180 brauche, hier ist jetzt eins mit 180 und hier ist jetzt eins mit 180. Und komischerweise, ja, also wenn ich die zwei jetzt hier vergleiche, dann sind die ziemlich gleich. Ja gut, der hier hat nur AC. Also könnt ihr mal für euch vergleichen, was da jetzt am sinnvollsten für euch passt. Da halte ich mich jetzt raus, weil ja auch die Zusatzleistungen hier immer ein bisschen zählen. Guckt es euch nochmal an. Mein Job war jetzt für heute einfach mal nur diese Tabelle hier zu machen. Und wie gesagt, ich habe beide Dienste ausprobiert. Im Moment bin ich auch noch Tschüsserkunde. Kann immer noch nichts dagegen sagen. Ich betraue das immer noch sehr, sehr, dass der Tarif wettgeht. Und ich wäre auch gerne Elferkunde gewesen, wie die Flatrate hätten. Weil ich glaube, die Bestandskunden dürften da ihren Tarif auch behalten. Das ist natürlich jetzt Gold wert. Ja, ich meine, naja, okay, so ist es halt. Ich hätte es ja abschließen können. Ich war ja versucht, aber ich kam einfach nicht hin mit den Kosten. Und heute wäre ich froh, so schnell kann es gehen. Jetzt kann man noch hier zu den Kosten nochmal drauf sagen. Viele haben gesagt, ja, die sind aber viel höher wie die EnBW und so weiter. Ich habe jetzt hier heute extra keinen Vergleich mit anderen Anbietern gemacht. Das hätte es hier alles gesprengt. Wir sind jetzt hier schon, glaube ich, bei 14 Minuten. Aber ja, schaut mal, es ist ja auch immer eine krasse Dynamik. Ich kann mich noch erinnern, wie EnBW das letzte Mal die Preise erhöht hat, hat er gesagt, ja, da verzichten wir. Das macht jetzt keiner mehr. Und jetzt sagen alle wieder, ja, dann bleibe ich lieber bei EnBW. Okay, also das ändert sich in den heutigen Zeiten natürlich sehr stark. Wichtig für mich ist, weil das halt hier einfach eine andere Art ist von Angebot, also nicht nur KWH stückweise abrechnen, sondern es sind Pakete. Deswegen sollte man das immer im Hinterkopf haben und ja, man kann das ja alle paar Monate oder wenn seine Lieblingsladekarte mal teurer wird, immer wieder überprüfen, welche Alternative da jetzt die richtige ist. A la hopp, denk dran, ich wollte es so machen, wenn ich jetzt hier irgendwo Quatsch erzählt habe, dann bitte unbedingt unten in den Kommentar reinschreiben, wenn du eine gute Ergänzung hast oder sowas auch. Wenn du Schreibfehler gefunden hast, dann bitte nicht. Hat mich gefreut für heute. Sonniger Tag. Heute Mittag fahre ich noch ein bisschen Auto. Bis dann. Ciao, ciao.